Hallo meine Freunde, wir haben uns gedacht, und ich komme zum besten Fußballtricks der Welt. Okay, das war die Rechnung. Und weiter mit. Ich zeige jetzt, wie man schombiniert. Warte, aber ohne Kopf. Warte, das war nichts. Erster Versuch, ich habe drei Versuche. Bis sechs zu machen. Zwei. Nächster Versuch. Zwei. Der letzte Versuch. Zwei. Okay, jetzt noch ein Versuch. Und zwei. Guck mal, das ist dein Bruder. Das ist dein Bruder. Willst du auch Fußball spielen? Ja, okay. Ich heiße Giuseppe und ich bin cooler Junge. Und ja, alles klar. Tschüss. Okay. So, und jetzt zeige ich euch. Also, wenn ein Gegner kommt, muss man so laufen. Warte mal, warte mal. Heb mal, heb mal das. Halten und dann so. Heb mal. Nachlink. Und dann was bei mir.